Eine Bedrohung wie den Schwarm gab es noch nie. Sie können jede beliebige Form annehmen. Sogar wie unsere eigenen Agents. Haben wir einen Plan? Manchmal muss man seinem Gefühl vertrauen. Was war das? Ein wildes Tier? Das ist richtig schlimm. Vielleicht das Schlimmste, was ich je gesehen habe. War das wilde Tier? Ich tippe auf Zombies. Wenn du nächstes Mal wiederkommst, kümmere dich um CJ. Sie braucht dich so, wie ich dich gebraucht habe. Die Größe eines Mannes lässt sich daran erkennen, dass er zu einem sicheren Hafen finden kann. Sogar am größten Sturm. Das ist echt gut. Sollte ich mir aufschreiben. Ich bin für die Jugendarbeit zuständig. Im Ernst? Das hier ist die neue Jugendbetreuerin. Im Ernst? Schieß endlich! Das Haus meiner Eltern steht heute noch. Auch wenn das alles ist, was mir von ihnen geblieben ist.